Alter, so ein Schüller, wie man da drückt. Ich kann gar nicht mehr drückt. Wow, Freunde herzukommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video, liebe Freunde. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Oh, ist unhöflich Kaugummi zu kauen, ne? Macht den für euch in Geschenkpapier. Wer will den gewinnen? Oh, heute wieder ein Clown gefresse. Heute bin ich wieder besonders witzig unterwegs. Ey, meine Haare... Ne, meine Haare... Ich raste gerade komplett aus mit denen. Liebe Freunde, wir haben uns heute hier versammelt aus einem besonderen Grund. Das war kein Furz, das war mein Schuh. Und zwar habe ich gerade auf Instagram ein fettes Gewinnspiel am Laufen unter diesem Post. Man muss mir nur folgen, kommentieren, was man gewinnen will und den Posten seiner Story teilen und schon ist man im Lostopf. Es können insgesamt 60 Leute von euch gewinnen. Es gibt 10 Redmi Note 9 Handys. Es gibt 10 My Days Erlebnis Gutscheine, in denen ihr ein ganzes Wochenende mit eurem Liebsten verbringen könnt. 10 50 Euro Amazon Gutscheine. 10 R-Up Starter Sets. Und 20 Paletten Müllermilch. Ich habe die Sachen alle von meinem eigenen Geld gekauft und würde mich mega, mega freuen, wenn ihr mitmacht und auf Instagram vorbeischaut. Den Post kommentiert, mir folgt und am Start seid. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück beim Mitmachen. Ausgelost wird am 23.12.2020, also ein Tag vor Heiligabend. Viel Glück, weiter geht's mit dem Video. Die Verlosung, liebe Freunde, läuft noch auf Instagram bis zum 23.12. Folgt mir gerne da, auch wenn ihr keinen Bock an der Verlosung habt, folgt mir trotzdem. In meiner Instagram-Story geht der größte Gossip auf ganz... Instagram? Ich bin immer noch überbelichtet und ich habe... Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. So, machen wir halt so. Ist okay, machen wir so. Perfekt, besser. Ja, okay. Heute geht es aber um unseren Kollegen und besten Freund. Man kann wirklich schon sagen, wir haben echt eine enge Freundschaft geschlossen inzwischen. Äh, Bünni. Hi. Schön, dass du auch mal wieder mit... Hey, heute haben wir es mit Quietschen, Knacken und Marken, ne? Bäh, jetzt aber zackig, krackig hier. Muss ich mal dringend los, liebe Freunde. Jetzt habe ich es aber schon sehr weit runter gemacht. Oh, Leute, heute ist nicht mein Tag hier. Bünni hat sich nämlich in seiner Story mal wieder mir gegenüber geäußert und zum Glück sehr positiv. Nein, äh, Bünni hat einfach... Bünni hat... Bünni... Bünni... Ja, wir gucken einfach rein, liebe Freunde. Was soll ich groß sagen? Holt euch Snacks. Macht's euch gemütlich. Feuer ist an. Habt einen Feuerlöscher immer parat, weil hier könnte es immer sehr heiß werden. Pfff... Let's go. Der liebe... Äh, der Seto macht sich an die Tina Neumann ran. Und zu mit sagen, ich wäre aufmerksamkeitsgeil. Pfff... 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 Der liebe Seto macht sich an die Tina Neumann ran? Ich glaub, mein lieber Bünni, dann bist du einer von wenigen, der wirklich, äh, den... den Sinn des Lebens nicht gecheckt hat. Selbst, guck mal, selbst wenn man nur die Story sieht, die gerade da eingeblendet ist, ne? Was läuft zwischen dir und Tina? Und ich mach dann Tina Neumann Comeback. Mit der Fresse. Also wer da nicht checkt, dass das nicht ernst gemeint ist. Come on guys. Aber mal gucken, was Bünni noch zu erzählen hat. Dann hat er den Chat... Wo... Wo... Ähm... Wo gepostet, wo ich Bettina schreibe, bla bla bla. Oh man, Seto belästigt sie offensichtlich. Bäh... Offensichtige Belästigung wäre, doch wenn ich das Ganze nicht öffentlich teilen würde, oder? Also, ne Belästigung teilt man doch nicht öffentlich, oder? Da... Man steht doch nicht zu... Also, wisst ihr, was ich meine? Aber gut. Wir lassen es jetzt mal einfach so stehen. Ich hab sie jetzt belästigt, okay? Sich an eine Person ranzumachen und sich über sie lächerlich zu machen. Und sie selber meint, sie ist glücklich in einer Beziehung. Ha 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 ha. Okay, der Satz hat keinen Punkt, keinen Komma, keinen Strich. Ich weiß nicht, wo... Wo es ist, das Mondgesicht? Ich weiß nicht, was dieser Satz mir gerade sagen soll. Sich an eine Person ranzumachen und... Sich über sie lächerlich zu machen. Und sie selber meint, sie ist glücklich in einer Beziehung. Ha ha ha. Er denkt wirklich, ich hab mich an sie rangemacht, ne? Das ist immer... Das ist, finde ich, immer ein bisschen das Traurige. Man kann seine Ironie nicht komplett ausleben. Weil selbst unter meinen Zuschauern, wahrscheinlich, die ihm auf Instagram folgen, sind bestimmt ein paar dabei, die sich so denken... Was macht er da? Er macht sich an sie ran, obwohl sie sagt, sie hat nen Freund. Das ist, das ist mein einziges Problem mit Ironie. Aber das Beste, was jetzt kommt, liebe Freunde, Büni redet natürlich noch zu uns. Und da kann ich nicht Nein sagen. Zu dieser Engelsstimme. Das sagen wir alle nicht Nein. Ote on a nurse. Talk dirty Tommy Büni. So und nicht anders. Lassen wir den kleinen Büni mal reden. Interessiert eigentlich die ganze Sache nicht, aber ich würde dazu mal meinen Senf geben. Erster Satz. Mich interessiert die ganze Sache eigentlich nicht. Aber ich will meinen Senf dazu abgeben. Ich bin... okay. Weil für mich als Aufmerksamkeitsgeil bezeichnen, aber selber sich an eine Person ranzumachen, die glücklich vergeben ist, wie sie es geschrieben hat. Was ist aus dir geworden? Wie, was ist aus mir geworden? War ich in deinen Augen mal was besseres, als dass ich jetzt bin, oder was? Eins gegen eins, oder was? Was? Du Stress. Oder was? Sich an eine Person ranzumachen und zu mir sagen, ich bin Aufmerksamkeitsgeil. Ja, bei uns ist das so ein bisschen so ein Unterschied, weißt du, Büni? Bei uns ist das so ein kleiner Unterschied. Wir machen das auf eine andere Art und Weise. Bei mir war das jetzt nicht so, dass ich lange überlegt habe und geplant habe, ach komm, ich komme mal mit Gigi zusammen und tu so, als wären wir zusammen und dies und das und jenes. Sondern bei mir war das so, spontan hat jemand gefragt. Dann habe ich darauf reagiert. Dann habe ich einen kleinen Witz draus gemacht. Dann habe ich gemerkt, die Person, um die es bei dem Witz geht. Anstatt, dass sie sagt, ha, 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 ja, halt dein Maul und lass mich in Ruhe. Hat sie gesagt, äh, was bringt dir das jetzt schon wieder? Und immer wenn Leute giftig auf sowas reagieren, dann denke ich mir immer so, ey, jetzt muss einer nachhelfen und das Stöckele aus dem Arsch ziehen. Weil sonst macht es kein anderer, ja. Und dann muss man einfach mal zeigen, ey, nimm mal dein scheiß Leben nicht so ernst. Komm mal wieder runter von deinem Allmantrip. Aber, ey, rechtfertige ich mich gerade vor Büni? Hm, mal was Neues. Ah, ich brauche irgendeinen Sponsor, ne? Leute, ich brauche einen Sponsor, der alle meine Videos sponsort. Wo ich die ganze Zeit das trinken kann. Irgendwas Leckeres. Findet mir einen Sponsor. Man sollte erstmal immer an seine eigene Nase passen, bevor man über andere spricht. Und Zeru, das hast du leider dieses Mann nicht gemacht. Man sollte leider erstmal mal an seine eigene Nase packen, bevor man über jemand anderes spricht. Und das habe ich nicht gemacht. Hm, warum? Ich packe mich immer an meine eigene Nase. Das Ding ist, ich fände es kacke. Sag, gebe ich zu. Ich fände es kacke, wenn ich sowas machen würde. Über Leute reden und ein bisschen freischnauze, sag ich jetzt mal, ne? Auf gut Deutsch, manche Leute, die das angucken, fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Das ist ein bisschen so wie Oli Pocher. Nur der macht es noch ein bisschen dreckiger. Und ich mache es so ein bisschen auf entspannt. So, das ist nicht für jedermann was. Aber scheiße wäre es, wenn ich mich beschweren würde, wenn jemand was über mich sagt. Dann kann ich mich rechtfertigen. Aber ich muss der Person auch erlauben. Also ich erlaube jeder Person, über mich YouTube-Videos zu machen. Insta-Stories zu machen. Mach doch. Ich bin Person des öffentlichen Lebens. Ich biete doch Angriffsfläche. Ballert drauf los. Ich würde es halt sogar unterhalten finden wahrscheinlich. Und das ist halt der Unterschied. Man kann es halt ernst nehmen oder man kann halt einfach sein Leben chillen. Das ist mein Motto, liebe Freunde. Aber Bini hört nicht auf. Jetzt hat er zum Schluss ein süßes Gesicht gezogen. That's on Period. Ich muss jetzt auch mal gucken, ob ich mein Gesicht so verschieben kann. Das ist ganz gut eigentlich, ne? Also, liebe Freunde. Ihr hattet ja gerade den Vergleich. Ich fand es gut. Ich fand es gut. Okay. Machen wir weiter. Die Jungs tragen solche Boxershorts. Die solche tragen, die... Sato selber will Leuten draußen vorschreiben, dass Kleidung ein Geschlecht... Dass Kleidung ein Geschlecht haben. Kleidung hat niemals ein Geschlecht. Kleidung hat ein Geschlecht? Das wüsste ich nicht. Hey, bist du weiblich oder männlich oder divers? Kann man dich klären? Okay. Kleidung ein Geschlecht haben und ich kann es nicht verstehen. Okay. Er geht jetzt darauf ein, dass ich sage, dass Kleidung nur zu einem Geschlecht gehört. Bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt sage. Diese lockeren Boxershorts, die dann solche Unterhosen tragen. Äh... Auf Tanga-Basis angelehnt. Nicht schlecht. Meine Maske! Mich wundert es, dass dem noch ein... ... sein Handy abgenommen hat und so gesagt hat, hey, lass es lieber machen, machen. Ne, ne. Okay. Darf ich kurz stoppen an der Stelle und fragen, wo, in welcher, in welcher Videosequenz sage ich bzw. schreibe ich vor, wer was zu tragen hat? Und wo sage ich, man darf das nicht tragen? Das würde ich gerne einmal schwarz auf weiß bitte widerlegt haben. Und dann können wir weiter quatschen. Selber meinte, ähm... Hat sich halt indirekt lustig gemacht, ähm, im Video. Und meinte, dass ich einen Tanga trage. Es ist egal, was man im Jahre 2020 trägt. Kleidung hat kein Geschlecht. Wie oft soll ich das noch vermitteln? Und ich verstehe nicht, wie Leute sowas zu machen können, die sich darüber lustig machen, was andere anziehen und sich darüber aufregen. Ich finde es, ehrlich gesagt, schade, weil er hat schon, äh, eine große Reichweite und bekannte Kooperationspartner. Ach, Böni. Hör mal. Also, mir wird gerade vorgeworfen, ich mache mich darüber lustig, was er anhat. Ich mache, ich habe gesagt, oh, auf Tanga-Basis angelehnt. Das ist wie, wenn du zu mir sagst, yo, deine Kette. Haha, keine Ahnung, da ist ein Ring dran, Alter. Was weiß ich? Das sage ich zu meinen Freunden, das sage ich zu meinen Nicht-Freunden. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Ich sage, was mir durch den Kopf geht und was ich denke. Aber ich habe nicht gesagt, dass du keinen Tanga tragen darfst oder was weiß ich. Mir ging es eher um die Art und Weise, wie du das Ganze präsentiert hast. Das hätte nicht sein müssen. Das habe ich aber auch im Video noch gesagt, dass auch Leute auf TikTok sind, die nicht zwingend deinen kompletten Ass sehen wollen, so. Deshalb, daraufhin bezogen, habe ich die Sachen gesagt, die ich gesagt habe. Aber ich meinte davon nichts Böses und ich habe auch nichts Falsches gesagt. Ähm, ich verstehe es nicht, wie man sowas supporten kann. Wie man mit sowas zusammenarbeiten kann, bin ich ehrlich. Ähm, ehrlich gesagt. Egal. Alles brauchst du nicht verstehen. Solang du weiter deine Bongo-Placements machst, hat die Welt eine super Abrundung für die Kommunikation der Galaxien in unserer Atmosphäre. Solang ist alles gut, Böni, wirklich. Du brauchst da gar nicht dahinter blicken, warum ich wirklich Kooperationspartner habe, die echt cool sind. Warum ich nicht mit Bongo-Placements mache. Brauchst du nicht dahinter blicken, das ist schon, das ist, glaube ich, eh ein bisschen zu viel für dich. Schade, aber ich würde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass sowas nicht stattfindet, dass man im Jahre 2020 sich schämen sollte, was man anzieht oder sonst was. Und mir unterstellen zu müssen, dass ich das trage oder sonst was, das ist nicht schlimm. Er merkt gar nicht, dass er gerade eine Lüge verbreitet. Er verbreitet gerade die Lüge, dass ich ihm unterstellt habe, was er anziehen soll. Das ist, du, du machst gerade Rufmord. So, das ist jetzt nichts, was mich juckt, weil deine Meinung, äh, wie soll ich sagen, äh, interessiert niemanden. Aber wärst du jetzt jemand mit einer Millionen-Follower, mit einer eigenen Community und würdest sagen, ich, äh, mache Body-Shaming, beziehungsweise Clothing-Shaming on you. Ey, ich würde dir eine Ansage machen, ne? Dann würde ich dir sagen, ey, guck mal, pass mal auf, hör mal nochmal besser hin. Aber da dein, ähm, Content eh nicht so viele Leute interessiert. Jeder kann das tragen, was er will, aber ich finde, dafür sollte man nicht im Internet fertig gemacht werden. Da bin ich bei ihm. Da können wir auch protestieren. Man darf tragen, was man will. Man darf tragen, was man will. Nein, it's for real, Leute. Mal kurz Hand aufs Herz. Real Talk. Ich bin der Letzte, der irgendjemanden dumm anschaut oder jemandem sagt, du musst das tragen, du musst so aussehen, du musst dieses. Bin ich der Allerletzte. Der Allerletzte. Der Allerallerletzte. Ey, Büni, bitte kannst du ein bisschen mehr noch machen in deiner Story drinnen über mich lästern. Damit, dann kann ich ein Video draus machen. Und das, das muss ja auch über 10 Minuten gehen. Das muss ja auch, muss ja auch ein bisschen länger gehen. Machen wir ein bisschen mehr Content, bitte. Ich finde es so süß, wie er die Story auch bearbeitet, so mit so Dollarzeichen und Geld, was so fliegt und so. Und ich habe diese Memo gemacht, weil ich mir so dachte, ey, Büni, du kommst grad perfekt. Ich wollte heute eh noch ein Video drehen. Ich wusste nicht welches. Jetzt machst du hier wieder irgendwelche lächerlichen Storys. Eins aber für mich. Perfekt. Aber zu wenig Content. Ich brauche mehr. Habe ich eben eine nette Memo gemacht und dann kam mehr Content. Ich küsste ein Herz, Büni. Wir könnten zusammenarbeiten. Du könntest, ich könnte dich einstellen. Einfach, dass du jeden Tag kack Content machst. Ich mache daraus mein Content. Wir sind beide glücklich. Ey, ohne Witz. Du kriegst einen Nettolohn von, keine Ahnung, 1,2 machen wir netto 1,2 oder so, gell? Auf jeden Fall auch echt lieb, dass du dann nochmal erklärt hast, dass der Witz, den ich... Ähm, nee, es war kein Witz. Dass die Aussage, die ich in der Memo gebracht habe mit, das Video sollte über 10 Minuten gehen. Dass es einen finanziellen Aspekt hat. Hat mich persönlich sehr gefreut, dass du soweit auch hinter die Kulissen blicken kannst. Länger als 10 Minuten ist gleich mehr Geld. Hihi. Hat mich doch irgendwie glücklich gemacht, liebe Freunde. Aber ey, ich hatte neulich, muss ich euch kurz sagen. Ich hatte neulich nicht eine Diskussion, aber mir hat eine Zuschauerin geschrieben, mäßig. Ey, ich schaue deine Videos voll gerne, aber du streckst jedes Video über 10 Minuten. Da war ich so, hä? Ich weiß, ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal ein Video über 10 Minuten gestreckt habe. Man muss da sehr gut differenzieren. Ein Video über 10 Minuten strecken ist, so viel noch drum rumzulabern, bla bla bla, dass das Video gerade so bei 10 Minuten 1 oder 10 Minuten 3 Sekunden, dass man das so schneidet, dass da noch möglichst viel Müll drin ist. Meine Videos inzwischen haben eh ne Minimum Durchschnittslänge von meistens 14-15 Minuten, wenn nicht sogar länger. Weil es einfach viel zu erzählen gibt, weil ich gerne viel erzähle und Punkt B, C, D, E, egal welcher, den ich der Zuschauerin auch erklärt habe, ich kriege nur Feedback, dass meine Videos länger sein sollen, noch länger und noch länger und dass die langen Videos am geilsten sind. So, das ist euer Feedback, was ihr mir gebt. Und ich versuche natürlich mein Bestes. Ich kann jetzt nicht über so ein paar Storys hier eine Stunde reden und euch einen Netflix-Film draus machen. Das ist natürlich schwer. Das ist ja auch für mich alles mega viel Arbeit, das dann zusammenzustellen, zusammenzuschneiden und was weiß ich. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir zusammen gemeinsam eine schöne Zeit haben, während wir unser Essen, unsere Mahlzeit verzehren. Ich hoffe, du isst gerade, du Klempesser. Oder wie auch immer. Ja, liebe Freunde, das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder auf diesem Kanal oder jetzt gleich auf Instagram. Verlosung hast du hoffentlich schon mitgemacht. Ich sage jetzt einfach mal du. Hi, ich bin der Cedric. Oh, ups. Guck, guck, da bin ich wieder. Ich bin der Cedric. Ich hoffe, du warst bei der Verlosung mit und falls nicht, hast du mir trotzdem auf Instagram folgst, würde ich mir sehr freuen. Und ich küsse dich. Ich küsse dein Herz, meine ich. Also ich wollte dich jetzt nicht... Also ich wollte jetzt nicht über... Tropisch, guck ich tänz topisch, guck ich tanze tropisch, guck ich tanze tropisch. Ja, der Egenutopisch